Hallo Elite, willkommen zu einem neuen Video. Heute, denke ich, sollten wir alle im deutschsprachigen Raum kennen. Der gute Hami, seine Links in der Videobeschreibung, schaut ihn euch mal an im Livestream. Auf YouTube, schaut vorbei, der hat's verdient. Unglaubliche Maschine, wenn es um den Nahkampf geht. Unfassbar geiles Movement, unfassbar geiler Spieler. Spielt gerne mit seinen Gegnern. Hier seine Highlights. Und streamt es auch an, kommt vorbei. Denn wir haben noch vier weitere Fortnite E3 Spray Giveaways. Und eins davon kostet über 400 Dollar. Checkt alle Seiten ab. Twitter, Instagram, YouTube und Twitch. Und vielleicht verlose ich ja auch hier unter den Kommentaren ein E3 Spray. Was über 400 Dollar wert ist. Das einzige, was ihr machen müsst, mir mal in die Kommentare reinzuschreiben. Warum genau ihr das Fortnite E3 Spray verdient hättet. Und ihr müsst Abonnent von diesem Kanal sein. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr noch einen Vorschlag für die Fortnite Legenden habt. Und schreibt mir das auch mal in die Kommentare. Danke für die Likes. Danke für die Comments. Und viel Glück bei dem Fortnite E3 Spray. Das Video heißt Best of Hami Clips. Made by Lee Sin. Was ich hier interessant zum Beispiel finde. Warte, ich schiebe mich mal ganz kurz zur Seite. Alles klar. Ja, moin, der Greenscreen. Alles aus. Seht ihr das? Oh, ich spür zurück. Seht ihr das? Er hat... Ey! Er hat seine Pumpgun auf der 1. Dann die AR auf der 2. Und dann die nächste Pump auf der 3. So habe ich es noch nicht gesehen tatsächlich. So habe ich das Ganze noch nicht gesehen. Kuss! Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass der Hami, wenn es um Turniere und so geht, dann ist der gute Mann einfach eine Maschine. Der spielt das so locker runter. Schön, die 3 Leute geholt. Lecko mio. Am Zyperlino. Oh, der... Oh! 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 Ja! Der, äh... Der Farbbomber-Skin gefällt mir auch relativ... Oh! Diese 200er... Shotgun... Headshots, die fehlen mir einfach. Schreib mir mal in die Kommentare, wen die auch fehlen. Mir fehlt das ein bisschen. Muss ich... Muss ich zugeben. So. So ein 200er Klaps mit der Pumpgun, das war schon manchmal schön. Alter, was? Oh! Wunderschön. 1A. Wo seht ihr alle? Wo seht ihr alle? Hm. Schnapp sie dir. Schnapp sie dir! Alter! 2,37 in seine domme Drecksfresse. Das tut richtig gut. Unfassbare geile Reaktionszeit auch. Wann er schon schießt. Er schießt unfassbar früh. Feier ich. Ai, 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 ai. Oh! Wunderschön. Und hier ist jetzt noch ein Spiel Fortnite Solo Squad. 24 Kills. Und hat er diesmal ohne Cam gespielt. So. So, gucken wir uns das jetzt einfach mal an. Was er hier macht. Boah! Wie die alle umfallen. Ist ja unglaublich. Schnapp sie dir. Ah, der Gegner veräumt auch hart. Schön. Klack. Und dann... Guck ich das letzte 1 gegen 4 an. Oder 1 gegen... Oder 1 gegen... Nein, gegen 3. Macht noch 3 Kills. Baut er sich ein Türmchen. Baut er sich ein Türmchen. Hat er hart angeschossen. Vorsicht da rein. Schön, dass sie auch nicht... Sengli wahrscheinlich, er ist da noch drin. Ah, schade. Ein Hit noch. Schön. So. Das ist jetzt auch noch der letzte Himmler. Guter Versuch. Gegner ist da unten. Wo ist derjenige, der tot ist? Ach nö. Wird der wieder geholt. Ah, schön. Der wird auch direkt gefinished. Da wird drauf gehalten. Ah, da wird der letzte gekillt. Und jetzt sind es noch 2. Frage ist, ob der eine immer noch tot ist. Und das jetzt der letzte Spieler ist. Ui. Ja, er hat ihn wieder geholt. Schön. 24 Kills. GG. Auf dem PC. Alter, generell. Egal. PS4, Xbox, iOS, Bobbycar, Kühlschrank. Auf jedem Gerät ist das eine unfassbar gute Leistung. Den will ich mir auch nochmal mit euch angucken. Ich hab mir jetzt den Kill. Riecht mich. Hier ist noch einer. 92er. 124. Geht doch alle verkaufen. Ist noch nicht zu Ende. Da kommt noch was. Zack. C4. C4 ist so stark. Von hinten. Von überall. Geht doch von hoch. 78. Schade. Schade. Den holt er auch noch. Das meine ich mit der Reaktionszeit und den Gebäuden. Das meine ich halt mit der Reaktionszeit. Das wollte ich euch zeigen. Unfassbar geile Scheiße. So und hier hat er acht, also den Modus gespielt. Äh, 25er Teams. Und da hat er auch 23 Kills gemacht. Da war er richtig gut drauf. Und er geht sehr, sehr genau mit den Shotguns um. Er weiß ganz genau, wie er sich bewegen muss. Das merkt man immer wieder. Da ist nichts. Zufall. Da ist er. Mit der Ska aus der Hüfte. Macht er noch ein paar Headshots da rein. in seine Birne. In seine Birne. Eieieieieieiei. Eieieieiei. Bau dich hoch. Alter. Was ist hier los? Das ist ein Spring, ein Spring Festival. Von Bounce Pad zu Bounce Pad zu Jump Pad zu alles. 88. Alter. Ja, mein iPhone grüßt auch. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Delta. So, 21 Kills. Zwei macht er noch. Und der ist, der ist on fire. Guckt euch das an. Der ist nur im Spring. Nein. Schön gesehen. Da, 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 da. Hey. Mach gut. Ich hab keine Fallen. Ah. Wunderschön. Wunderschön. 1A. 21 Kills. 1A. 1A. So. Wie gesagt. Wenn ihr mehr von Hami sehen wollt. Und der spielt halt auch wirklich so in den Turnieren. Dann, äh. Seine Links, wie gesagt. In der Beschreibung. Sein Twitch. Sein YouTube Link. Und mein Stream ist auch an. Deswegen würde ich einfach mal sagen. Kommt in den Stream rein. Vielleicht machen wir Custom Games. Mal schauen, was wir machen. Ich weiß es noch nicht genau. Ich freu mich auf euch. Bis gleich. We contrac описании. Bye bye. Bye bye. Bye bye.